So, und herzlich willkommen hier zurück bei Unturned. Dabei im Boot, im Haus, ist Moni Poni. Schön, dass du da bist. Ja, genau so. Dein Gesicht passt auch so wunderbar dazu. Okay. Findest du nicht? Doch, das war ernst gemeint. Es war ernst gemeint. Okay, wollen wir jetzt mal gucken, ob wir den neuen Teil finden, der ja hier angeschlossen wurde. Richtig, du meinst die neue Stadt. Ja. Richtig, ja. Wo müssen wir denn hin? Hast du irgendwie eine Ahnung? Das weiß ich nicht. Lass uns mal runter gucken. Warst du da unten schon am Strand? Nur bis zu den Autos bin ich gegangen. Da Benzin ist oder sowas? Konnte ich noch nicht gucken. Okay. Das ist ein Zombie. Und ja, liebe Zuschauer, das Ganze wird gerade wieder live gestreamt. Und dementsprechend, wenn jetzt Kommentare oder Zuschauer gerade was fragen werden, werde ich das Ganze dann vorlesen und natürlich dann auch beantworten. Ich glaube, ihr wisst, auf was wir antworten oder auf was wir hier eingehen. So, weil die netten Herren möchte ich natürlich nicht ungeachtet lassen. Naja, kein Benzinscheiß. Ja, ich wollte gerade sagen, fällt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich gucke mal, ist hier vielleicht Benzin? Ne. Aber was zu trinken bräuchte man mal langsam. Ja, ich habe auch 48% Durst. Ja, ich habe auch 46% Durst. Mama, ich habe 50% Durst. Einfach trinken. Scheiß, Anbock. Komm, die machen schade. Ich wäre so cool. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig über den Haufen ballern. Ja, ja, kriegen wir hin. Ja, ja, pff, tot. Super. Was haben wir denn hier? Ein Poncho, hier ist ein Poncho-Moni, kannst du sagen. Ich habe doch einen, oh. Ach so. Ich habe gedacht, für den Kopf. Ne, da habe ich einen schicken Cowboy-Hut. Damit ich deinen Augenblick nicht ertragen muss hier. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich gehe schon mal weiter am Strand lang. Was, du gehst am Strand weiter? Lannst du auf Straßen nutzen, macht doch viel mehr Sinn. Ja, ich dachte mir, guck mal, dann gehe ich jetzt über die Berge. Ja, und schon haben wir uns verloren. Ich gehe weiter am Strand lang. Oh, jetzt gehe ich über die Berge. Ja, wir finden uns schon wieder. Ja. Mit einer Kugel zwischen den Augen wahrscheinlich. Ich habe einen großen gelben Hammer in der Hand. Das solltest du erkennen. Die Zombies haben nichts. Ich auch. Ja. Ja, der Hohen konnte er leider nicht, wo wir gerade bei dem Niveau sind. Mhm. Er hat Besuch. Welche Art, wollte er uns nicht verraten? Hat mich auch nicht wirklich interessiert. Super. Warte mal, drüben ist eine Stadt. Lannst du da mal rüberschwimmen. Wo bist du? Auf der Bergkuppe. Ja, ich auch. Okay. Ja, es ist dunkel. Man sieht nichts. Ich laufe wieder runter. Wenn du nach links guckst, je nachdem, in welche Richtung du schaust. Ich gucke jetzt auf diesen See und auf dem See ist ja diese kleine Insel. Ich bin hinter dir, glaube ich. Ne, was? Och, ein Schaf. Ne, was bist du denn? Ein Hund? Ein Schwein? Kill es. Ja, tu dann. Ja, ha, ha. Ach, man sieht echt nichts. Ne. Ich habe einen Schuss gehört. Ach, da unten. Das war ich. Ich habe das Schwein getötet. Meine letzte Kugel geopfert. Hat es Wasser dabei? Leider nicht. Aber es hatte Pelz. Ne, Pelz. Muss man gucken, vielleicht liegt da noch Fleisch. So, ich schwimme mal rüber, ne? Hier liegt noch Pelz. Und es ist ein Schwein. Sehr cool. Wo schwimmst du denn hin? Da drüben ist eine Stadt. Okay. Gott, was trinken. In der Hoffnung, dass wir da drüben, ähm, na, Benzin finden, habe ich gedacht, komm, schwimmst mal rüber. Checkst mal die Gegend. Bist du hinter mir? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Ich sehe so wenig. Siehst du die Stadt? Ich schwimme immer nur aufs Ufer zu. Ich sehe Bäume. Na, wir werden sehen. Schwimm schneller. Los, Pferdchen, schwimm. Ne, genau hier über vom Wasser ist halt eine Stadt, ne? Hier hättest du sehen müssen aus der Ferne. Okay, ich weiß nicht, wie groß du die Distanz eingestellt hast. Ich habe maximal Distanz eingestellt. Oh, keine Ahnung. Luzi verfragt gerade, was ist das für eine Waffe, dass das Schwein praktisch zerplatzt? Es ist der Schweineplatzer 2000. Ja, ein Schuss, ein Treffer. So muss das sein. Boah, es ist, ey, es ist so schnell, wie es dunkel wird, ne? Du kannst mal wieder hell werden hier. Schwimm, Kraxel, schwimmen. Boah, ich wette, ich bin ja alleine gleich. Weil du irgendwo anders hinschwimmst. Ja, ich schwimme auch wieder zurück. Ich glaube, das war nicht da, wo du hingeschwimmen bist. Aber da kann man nicht hinschwimmen, oder? Wo ich hinschwimme, schon. Wo bist du denn? Ich gucke gerade, wo schwimmst du denn? Wenn du auf die Bergkuppe gehst, ne? Ich bin jetzt praktisch genau am anderen Ufer fast. Und da siehst du auch eine Stadt aus der Ferne, wenn du maximal Distanz drin hast. Ja. Wir werden sehen. Ich sag mal, wenn du jetzt auf das, na, auf den Strand guckst, wo wir vorhin waren. Ja. Ne, wo die Strandhütchen sind und so weiter, in der Sandburg. Und dann, so nach da und dann nach rechts schaust. Da ist die Stadt. Ja, mal sehen. Also ich bin ja, wie gesagt, unterwegs. Also ich schwimme. Okay. Ich schwimme auch. Oh, es ist ganz schön weit. Es ist wirklich weit, ja. Aber ich bin auch gleich da. Gib mir noch Zeit. Ein kleines bisschen nur. Etwas mehr Zeit. Das war Blümchen, oder? Äh, keine Ahnung. Bist du noch zu jung dazu, ne? Ne, Blümchen kenne ich noch. Außerdem, was soll das heißen? Ich bin ein Jahr jünger als du. Siehste, zu jung. Ach da, ja. Du kriegst noch Geburtstaggeschenke von Pädobär. Ähm, ja. Und ja, ähm. Ich bin jetzt. Ich bin hell und ich sehe die Stadt. Ich bin auch da. Also ich bin jetzt genau am Strand. Ja, dann bleib doch jetzt mal kurz auf. Ja, ich, ja. Ich geh schon mal in die Stadt so ein bisschen rumgucken. Äh. Ja, komm. Ich kann doch hier schon mal ein bisschen looten, Mensch. Alter, Chefkochzombie. Fick dich. Entschuldigung. Wollte nicht sagen. Ist mir rausgerutscht. So. Bolzen, Nägel, alles da. Was bist du denn? Ach, ne. Ne Tankstelle, wie geil. Alter, da sind ja viele Zombies. Waffelhaus. In your face. Oh, da ist noch ein Chefkoch. Was? Waffelhaus? Ja. Das ist ein großes Schild. Da steht Waffelhaus dran. Ach so. Äh, ich bin jetzt. Ach, jetzt ist die Militärbasis. Okay. Aber nicht rein. Lass uns da zusammen rein. Ne. Ich geh da jetzt einfach rein. Du bist auch eben einfach Voller. Du bist auch Voller. Möj nicht rum, ey. Wasser wäre gut. Ja. Erstmal hier die Skillpunkte verteilen. Du wirst eh nicht krepieren. Ach, siehst Skillpunkte verteilen. Da sagst du was. Oh, Batterien. Batterien sind super. Für was? So, weiß ich noch nicht. Vielleicht, äh. Oh, Hund halt die Klappe, Mensch. Vielleicht, äh, für. Benzin. Ja, ernsthaft? Ja. Für das Ding da, weißt du? Ein Coilt. Sehr gut. Äh, für dieses, diese, diese, diesen Baustrahler, weißt du? Oh, Potato Chips. Oh, ich bin belastet. Yay, Potatoes. Käsen Carjack schmeiß ich mal weg. Pickaxe. Können wir auch mal wegschmeißen. Potato Chips. Ring, 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 ring. Potato Chips. Moldi Milk. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding. Potato Chips. I got this feeling. Boah, kann ich hier rein? Bestimmt nicht, oder? Ist da was? Oh, Zombie. Alter. Geht's noch? Kack, Bratze. Granola Bar. Okay. Gucken, ob ich hier nachladen kann mit dem Ding. Trink jetzt mal Orangensaft. Das sollte ja helfen. Wie konnten wir nochmal in das Menü gehen von der Waffe, weißt du das noch? Ähm, mit Tee. Ach, mit Tee. Ah, siehste. Ja, guck. Oh, ich hab jetzt einen Karton Orangensaft getrunken. Und schon bin ich wieder nachgeladen. Super. Und das hat... Ja. Und jetzt hab ich nur noch 17% Durst. Ja, guck. Ja, das hat gut geholfen. Hier ist übrigens eine Tankstelle, wo ich bin, ne? Ja. Das heißt, wir können hier vorher das Auto vollknallen. Geil. Yay. Und was zu futtern hab ich auch. Ja, guck. Oh, Canned Vegetables. Das ist bestimmt das gleiche Problem, dass man die aufmachen muss, ne? Ja, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein, denke ich. Was haben wir hier? Oh, Canned Tuna. Ich stech den Zombies ja voll die Augen aus, ey. Einen mit der rechten Maus, dass du dich so mit dem Katana zu. Ich hab einen Longbow und einen Compoundbow. Wahrscheinlich ist der Compoundbow besser, ne? Alter, wo ist der Zombie? Ich höre einen Zombie. Ach, da. Da kraxelt der auf den Bohnen rum. Ha! Oh, da war eine Dose. Ah, die scheint leer zu sein, verdammt. Aber es ist gut. Ach, Polizei. Warst du hier nicht schon? Können wir ein Polizeiauto nehmen, ne? Oh, ein Sheriff. Nimm das. Nimm das, Sheriff. Oh, jetzt seh ich verkorkst aus, ey. Jetzt seh ich richtig verkorkst aus, hier. Ich bin bei der Post. Mal meine Briefe abholen, hier. Schlagstock. Yay. Wieso ist mit Kühlboxen nix drin? Lass mir das mal verraten. Weil kein Strom da ist? Du Genie? Nein, das sind ja so eine Styroporkühlboxen. Da könnte auch ruhig was drin sein. Ach so. Ich hab jetzt ein paar interessante Waffen gefunden. Was ist das denn? Was ist ein Novo? Keine Ahnung. Okay. Noch nie gehört. Glaub ich. Und ich würde sagen, was das ist und wie wir es gebrauchen können, sehen wir in der nächsten Folge. Und ob der Zombie die Rutsche hochklettern kann? Verdammt. Das wollte ich in der nächsten Folge zeigen, aber er ist tot. Ähm, ja. Tschau. 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 Tschau.